Zu den frühen Symbolen der Christen gehört der Anker. Das ist auch naheliegend, denn viele der ersten christlichen Gemeinden entstanden in Hafenstädten. Paulus, der große Völkerapostel, reiste vor fast 2000 Jahren per Schiff über das Mittelmeer, kannte Stürme und wusste um die Sicherheit, wenn man in einen Hafer vor Anker gehen konnte. Kein Wunder, dass er christliches Symbol für Hoffnung, Zuversicht und Heil ist. Bis heute gilt, der Anker gibt Halt, so wie Hafen Schutz gibt. Dabei steht der Hafen als Ankerplatz allerdings noch für mehr als nur für einen Ort der Sicherheit. Heute sind Häfen mehr denn je Orte von Mobilität, von unzähligen Menschen auf Reisen und von Gütern, die bewegt werden. Sie dienen dem guten Leben und beflügeln zudem viele Sehnsüchte. Häfen sind immer aber auch Orte von Traurigkeit, von Abschied und von gestrandeten Menschen. Häfen stehen für unterschiedlichste Lebenserfahrungen. Der heutige fünfte Fastensonntag wird bei uns auch Passionssonntag genannt. Er erinnert mit diesem Wort an das Leiden Jesu, dessen wir in der Karwoche auf besonders intensive Weise gedenken und das wir feiern. Gleichzeitig erinnert das Wort aber auch an die Leidenschaft, die Jesus für uns Menschen hat. Jesus leidet für uns, um uns neue Wege zum Leben zu eröffnen. Er ist selbstlos und gibt sich weg. Auf diese Hingabe Jesu für uns können wir uns verlassen und uns fest darin verankern. Der Anker wird so zum Zeichen für die Leidenschaft und Hingabe Jesu für uns Menschen, in der wir uns verankern können in den Stürmen des Lebens. Das Evangelium hat darum schon recht, wenn es uns heute an eine Dimension des Alltags, des Lebens erinnert, die doch oft fremd erscheint. Es geht um Stellvertretung. Einer tut etwas für andere eine, andere setzt sich für andere ein. Einer nimmt für einen anderen den Platz ein. Bei liebenden Menschen ist es oft schnell klar, was das heißt. In glaubwürdiger Caritas und vor allem auch im Gebet gilt das ebenfalls. Jesus lehrt uns, uns für andere einzusetzen, wie er es getan hat und weiterhin tut. Das provozierende Wort im Evangelium lautet heute dazu, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Was mit einem Bild aus der Landwirtschaft gesagt wird, gilt für uns Menschen. Wer einen festen Anker hat, der hat einen klaren Standpunkt und kann viel für andere tun. Er kann so weit gehen, dass er sich ganz für andere verschenkt. Das ist wie bei der Liebe und erinnert an den Passionssonntag. Sich für andere einzusetzen, bedeutet mit ganzer Leidenschaft auch Leiden auf sich zu nehmen. Vor allen Dingen aber heißt es Fruchtbarkeit. Der Preis aber ist nicht gering. Es geht immer um andere, gerade wenn diese mit ihren Tränen und Nöten ihrer Sehnsucht nach Heilung Ausdruck verleihen. Wo das möglich ist, da keimt Hoffnung. Da geht nach einer dunklen Nacht die strahlende Sonne am frühen Morgen auf. Und das kann zum Segen werden. Das kann zum Segen werden. Bis zum Segen werden.